So Leute, gestern war es 15 Grad bei uns in Bulgarien. Heute, ein Tag später, sind die Temperaturen auf minus 5 Grad gesunken. In einem Tag ist das passiert. Die Bäume sind mit den grünen Blättern gefroren. Das habe ich noch nie gesehen. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018